Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einer weiteren Folge jetzt für Minecraft Staffel 6 und er ist gewachsen, ich sagte es euch hier, er ist gewachsen, alle sind gewachsen, super, haben wir hier einen kleinen Vault und die Map ist so aus, machen wir wieder an, wir kümmern uns jetzt hier vorne drum erstmal, Hexen, hier ist eine Hexe, hier ist eine Hexe, auf sie, auf sie, auf sie, Ich muss dringend was essen, uh, Angriff der Killerhexen, hier, na voll mit Schneebellen, ja, uh, eine Hexe, wo kommen die denn so schnell her, wo kamen die denn her, Hmm, das und vieles mehr, 2P continue kann man ja sagen, aber wir haben ja erstmal noch voll angefangen, Hier sind noch mehr Schneebellen, die machen wir erstmal hier zu, zu Schneeblöcken, pass auf, Zack, 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 nehmen wir die auch mal raus hier, die rein, die rein, zack, 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 und zack, Achso, die kann man ja nicht, nicht mehr stacken, logischerweise, aber die Blöcke kann man mehr stacken, Und der geht glaube ich, genau, bleiben zwei übel, zack, vorne ist nix weiter drin, Und hier tue ich mal irgendwo Samen drin, ne, es sind keine Samen drin, aber mach ich mal den da, Das tue ich da rein, den Pfeil, irgendwo noch Setzlinge, nö, okay, bei jedem Freunde, ich esse mal schnell noch was, Und jetzt fangen wir vorne an, ich hab den Plan vor mir liegen, Wie geht's jetzt so weiter, ich hab jetzt schon fünf rausgezogen, und hab nach den fünften, ne, ein Prömpel hingesetzt, Da kommt nach dem Prömpel drei, eins, zwei, drei, ist das dein Ernst? Zack, ich mach das jetzt mal genauso wie nach Plan, So, eins, zwei, zwei, Dann kommt, drei, zwei, die eins, eins, und so, ich mach das mal nach oben frei, Zack, das Ding, ich muss von der Seite gucken, genau, das Ding, Jetzt kommen wir wieder hier hin, von hier aus zwei, Gehen wir wieder hier raus, Hier drei, So, oh hier ist was, ne? Das müssen wir noch mal kurz ein bisschen zu machen, ja? Zumindest jetzt hier, das ist jetzt eins, zwei, drei, geht das ja hier raus, deswegen muss ich das hier zu machen, So, das wird jetzt drei gezeigt, das sind jetzt fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann geht das wieder so, also müssen wir das hier trocken legen, schon geschehen, Den auch, eins, zwei, drei, vier, fünf, genau, das lassen wir so, ja, Ja, wir wollen ja jetzt hier nicht durcheinander kommen, alles klar, so, jetzt machen wir folgendes, wir haben jetzt hier die drei, und zwar sind jetzt eins, zwei, drei, das ist ne Fackel, Ich tu die Fackel, ich tu die Fackel mal hier hin, beziehungsweise da hin, und hier ne Fackel hin, Wir haben hier drei sichtbare, auf den dritten kommt noch einer, Bis hier hin, zack, dann hier, Oder, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, ich darf mich jetzt nicht hier verbauen, drei, genau so wurde hier, Hier, vier, dann hier, und jetzt noch zwei hier rüber, noch zwei hier rüber, jetzt einen hier hin, Dann sind wir hier hin, ein da hin, und einen da hin, ein da hin und ein da hin, ein hier hin, zwei hier hin, und ein hier hin und drei hier hin. Ok, da haben wir uns jetzt leicht verrechnet. Leicht oder vielleicht. Ich würde erstmal die Fläche hier wegmachen. Auf jeden Fall eine Menge Erde. Zack, zack, zack. So, jetzt tun wir erstmal die Erde klatschen hier. Da legen wir ein bisschen neues frei. Da tun wir jetzt hier unten drunter. Lassen wir hier alles wegmachen. Zack. Machen letztes Mal das Gras hier weg und danach sind wir weiter. Jetzt wollen wir nochmal den Umriss ziehen. Hier ist noch Holz. Hier ist noch Holz. Jetzt wird Nacht. Und ich geh mal schlafen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Ciao.